Der Albtraum fährt ab Drachen, Götter und Legenden. Euer Untergangs und Regen ist erforderlich. Öffnet euch den neuen Challenge. Es kann euch retten. Nein, das erlaube ich nicht. Zeit, eure letzte Bande mit der sterblichen Welt zu zerschneiden. Ich werde euer Herz zerstückeln. Ich werde euer Herz zerstückeln. Ich werde euch aus der Welt der Wachenden schneiden. Ich werde euer Herz zerstückeln. Das war's für heute. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich 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 helden champions tretet vor und hört mich an der albtraum war lange ein geschwür das nach dem smaragd grünen traum geiferte wäre es xavius gelungen hätte seine verderbnis axaroth überwältigt und ein lebendiger albtraum hätte sich über die welt gelegt dank eures triumphs erblüht der traum erneut und eure welt ist behütet xavius verbündete werden nie ruhen doch ist ihnen zumindest dieser weg versperrt um eure tapferkeit zu würdigen gewähre ich euch zugang zum reinsten herzen des traums und wenn ihr fühlt wie das leben selbst unter euch erblüht wisset dass es nur durch euren mut erblüht